so unser tolles match von gerade habe ich mal wieder nicht aufgenommen ich vergesse das immer battlefront habe ich vorhin aufgenommen weil es jetzt wieder so laut jetzt müssen wir schon wieder fast schreien um uns zu unterhalten erfahrungsgemäß bin ich ein bisschen lauter aber ja naja egal wenn es geballert wird höre ich nämlich zum beispiel euch fast gar nicht mehr einstellen was er mit so einem automatischen wir hier im rumballern das weiß ich nicht ich habe ja erst seit heute diesen button das weiß ich nicht ja oder du da abonnierst immer und nach einem und nach einem fasten monat macht sein d abo und dann abonnierst du wieder ja siehst du jetzt steht er nämlich zu laut donatello sagt zu laut ich verstehe euch nämlich nicht mehr wenn wenn wir schießen gleichzeitig wird gequatscht also schießen reden schießen sehen der spielton ist einfach leise gemacht wird vorhin haben wir ganz gut aber hier sagt mir wichtig gibt mir deckung ich mache den spielesort noch ein bisschen leiser TECO Jones ist auch hier nicht ein T-Spielstar äh wer was achso ne ne der hat kein mikrofon ach da ist auch noch einer in der mülleimer saumcontainer mhm wahr ich betone wahr bombe liegt hier also muss derjenige auf jeden fall zu uns kommen scheiße ah der ist bei A lang der ist bei A lang und holt sich die bombe ach du warst weg ich geh wieder A lang ich hab das gefühl dass sie da wieder lang kommen aber bei euch bin ich nicht zu leise oder? nein das problem war jetzt einfach dass das spiel zu laut war ja ne weil ich hab voll mein Mikrofon eigentlich so was weiß ich komm dir da vor oh oh der lehner ist da oh der lehner ist da im Kronenwald ah B A lang genau äh 3 b mit Bombe oh für der Lehm geschossen ich kann so doof sein ah ah scheiße ah ah ja das hättest du jetzt nicht schreiben dürfen Frank das hättest du jetzt nicht schreiben dürfen seitdem sterb ich ne nur dass er es jetzt geschrieben hat das ist wieder Eddys Gesetz äh Murphys Gesetz Eddys Gesetz ne nicht ich geh wieder A lang ich geh ah ah ich komm mit oh da hör ich schon Flashbang Scheiße ich hab doch zu dritt kein Wunder lang ja 0,03 hab ich doch eingestellt ähm Donatello das ist nicht meine Freundin die da hustet seien und ah die machen uns lang die machen uns eine lange Nase ja ich gehe auch wieder a lang taco die fragen wie viel dein butterfly wert ist das musst du aber dann wohl leider den chat schreiben du hast ja kein mikro sind wir bei b doch scheiße bei a steht einer mit einer awp das ist doch kacke so ich gehe jetzt einfach nach b und stelle mich dahin ist mir egal ja ich renne nicht mehr zu denen ihrer basis die haben ja eine awp das finde ich so assi weißt du bei so einem match mit einer awp hinten im spawn zu sitzen ja jetzt natürlich lange rennen sehen jetzt kommen die alle nicht jetzt sind die alle bei a ja ich sag ja der hat uns lang rennen sehen nach b scheiße ich wusste dass der mit der awp da hinten steht ich habe gehofft ich schaffs schnell genug vorbei und ich bin auch ich bin besser in unserem team unfassbar ich renne wieder nach b bevor ich bei a wieder abgeschossen werden durch die awp ja nein da ist die muni alle ich fasse ich kann kurz ja lass den doch kommt die bombe liegt doch bei euch lasst den kommen und der lennart ist da ja lennart wo warste vorhin hättest du noch mit ins team steigen können ja ins team steigen in team steigen ich gehe wieder nach b ich gehe nach a ich lasse mich stehen ja ich bin auch eine möglichkeit ok 3a 3a ohne awp 3b äh 3a game du bespielt jetzt star wars ok 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 die wehdoe runde Ich könnte so kotzen. Richtig. Björn, äh, du hättest dem Leonard auch so guten Abend sagen können, ne? Der hört dich doch. Weil du kannst ja jetzt mit uns spielen, weil du ja Level 3 bist. Mitte wieder AWP. Och Mann, ey, dieser blöde Wichser. Oh fuck, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Das ist doof. Donatello, das Husten ist nicht bei mir im Hintergrund. Dann sagen wir es so. Husten bin ich, weil es leicht verkehrt ist. Ich wollte es ja einzig. Ja, da du ja der Letzte jetzt am Leben bist, können wir ja nur noch gewinnen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab's geahnt, irgendwo sitzt du da. Und ich krieg keinen Gruß, Lennart. Mich grüßt du nicht. Mir erzählst du nur was vom Griechen und Schafskäse. Danke. Ja, ich schau ein süßer wieder. Jetzt haben wir ihn sofort. Haben wir alle, sind alle D-Rank. Wo sind sie? Einer ist B. Zwei sind B. Ah, okay. Bin fast. Wieder AWP. Nicht vor uns. Aber AWP. 100 Stück. Oh, Mann. Ich geh nicht mehr auf AWP. Wann sind wir? Ich bin schwer alleine. Was denn das macht hier? Ja, soll ich die AWP? Noch vier Stück. Alles klar. Nee, Concord, du kannst mit der AWP nicht umgehen. Lass sein. Jetzt brauchst du doch die AWP. Lass meine AWP den Finger voll ins Ohr reichen. Steck dir eine AWP in dein Ohr. Hast du heute aber viel vor. Ich geh wieder nach... Nee, ich geh nicht nach B. Ich geh nach A. Ich geh nach A lang. Oder geh ich B. Ich muss immer Abstand halten vom Gameplay machen. Oder nee, ich geh A hier links rum. Hier A kurz. Ich bin jetzt überfragt. Was macht ihr denn da? Einfach mal überraschen lassen. Lassen die AWP immer noch? Und die AWP immer noch? Ich würd doch nicht in die Mitte rennen. Wer auch immer da hinter mir läuft. Hm? Ich mach jetzt meinen Wallhack an, ey. Dumme Scheiße, ey. Check this game. Switch. B. Leider B weg. Bei A sitzt auch noch einer. Ja. Da unten kommt auch einer angerannt. Scheiße. Ah. Boah, fuck. Ich dachte, wir hätten das in einen erledigt. Nein. Ich hab mich getroffen. Hab ihn nur. Ich hab ihn nur umgefallen. Und der andere durch Fisse geschossen hat. Wie kurios. Kurios. Ich hab ihn nur umgefallen. Ich hab ihn gut und gut an. Ich hab ihn nicht mehr offen. Du hast einen Arbell. Du hast den Arbell. Du hast hier. Oh, sehr schön. Oh, da hätten ich den Arbeln. Ich hab ihn nicht mehr rausgekommen. Und wir nicht mehr rausgefallen. Der hat es sehr clever gemacht. Sehr, sehr geil, Devlin. Sehr, sehr geil, ja. Ich hätte da jetzt nicht die Ruhe gehabt, erst zu überlegen, so ohne Smoke da drauf und so. Sehr genial. Ninja Diffuse, ja. Achso. Oh, okay. Habe ich nicht gesehen, dass da eine Smoke drin ist. Wieder eine A-Frau. Boah, ey, so ein dreckiger Penner, Alter. Jetzt weiß ich, wo ein Kapokos-Spiel hatte. Jetzt weiß ich das. Ja, natürlich P90, yo, Alter, du Stimme nach Penner, Alter. Ich bin natürlich geworden. Ey, wir haben immerhin eine Runde gewonnen, bis jetzt. Mit der geilen Taktik, mit der Bombe. Ich muss echt merken. Von hinten, du bist ein Meisterspieler. Ich reg mich darüber nicht mal auf. Aufregen? Ach, wie schreibt man das? Pff. Aufregen. Da habe ich die Frauen geschrien, die Kinder. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist schreftlos, erregt. Du Aar, das ist mir so unnötig, durchzulaufen. Der schwule Aar. Ich glaube, einer von gegen euch mit erschossen. Ja. Ja, deswegen springen wir da in meiner Mitte. Weil man immer, weil da steht immer einer mit einer Aar. Natürlich, jo, du bist der schlauste Mensch. Einer, na? Ach, Mann. Wundel. Ja, Donatello, kommt drauf an, wie gut du spielst, ne? Also, ich habe lange gebraucht, um Level 3 zu erreichen. Aber nicht so lange wie Concorde. Ja, das heißt schon was, ne? Ich hätte dir helfen. Bei mir stimmt ja irgendwas nicht. Der Einarm, wo du spielst. Oh Gott, wie lange hast du dafür gebraucht, um uns her? Ja, das ist Sonntag. Ich glaube, bis Mittwoch war das, ne? Aber der Einarm, wo ich hier gespielt habe, ich nebenbei gelevelt habe, da stimmt ja irgendwas nicht. Ich habe nur 30, 40 Punkte mehr gekriegt. Und morgens, wo ich morgens gespielt habe, um 9. Da habe ich 100, 200, 200 noch mehr gekriegt. Ich habe nur 5 Tage gebraucht, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe nicht durch den gespielt. So, ich bleibe jetzt einfach hier stehen, bis ihr mir sagt, wo die sind. Keiner geht. Ja, war klar, dass da keiner geht. Okay, A lang. Nee, sieht gut aus, doch nicht. Meine A lang. Wieso schießen sie gut? Ah, tu. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, wir haben hier ein High-Rank hier. Nehme ich kaum, bin ich tot. Ja, wir haben hier einen High-Rank berufen. Ja, den... Der ist überhört. Wenn du halt viele Leute killst, dann bist du schnell auf Level 3. Ach, nee. War die Weisheit durchs Leben. Beide mit dem Bonus. Hm, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte es gehen mal A, dann kommt der Schiff gleich wieder angeschissen. Wie lange ich nicht gleich Level 2 wieder bin. Das gibt's doch nicht, ey. Geht doch nicht, das ist unmöglich. Ich werde mein Arsch drauf verwenden, dass man gleich als Terrorist alles kaputt machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hätte da immer öfter den CFS gehabt. Da haben wir jetzt angesprochen. Das ist kaputt. Ah, scheiße, gesprungen. Hacker. Abelhainz. So, Bombe liegt bei B. Der Gameplay, man macht das jetzt nicht. Der Concorde ist... Tot. Ja. Bei A. Ich wollte es gerade noch so freundlich sagen, ja, der ist noch am Leben. Aber so. Ja, sind zwei Einheit visiert, andere nicht angeschossen. So, bevor mein... Bevor meine Muni gleich wieder leer ist. Das ist der Zweite. Das spielt ihr Tom and Jerry, okay. Ja. Ich schläge zum Ausvermexiko. Die Dimpo. Können wir gerne für dich? Ich habe einen Zielschein im Gesicht, ja, danke. Aber nicht schlecht. Hallo, Muahaha und Hallo, Wicked. Wicked. Ich gehe auf B. Ich gehe auf B. B, 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 B. Wacker, Leute. Ich will hier keine wehtun. Gut, die Hälfte rennt nach A. Einer bleibt stehen. Ich gehe auf den Bomben-Träger, Alter, ja. Wobbel, was ist der denn? Ich habe auf den draufgeschossen. Das geht ja nicht drauf. Braucht man das nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Ja, dann glaubt er sich, ey. Glaubt. So. Elf Spiele. Okay. Ein... Einer aus Russland. Kulski, Vulvograd. Hä? Kratzer. Yeah. Sehr gut. Ich gehe noch aufkommen. Ich richte mich nach euch, wo wir hingehen. Wir haben gerade gewonnen? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, wo gehen wir hin? Wir stehen alle auf der B-Seite, ne? Dann lasse alle nach B. Alle B. Ich gehe mit einer A. Wenn wir auf B, ich gehe mit einer A. Ich darf nicht sterben. Ja, ist klar. Der ist tot. Da lebt nichts mehr. Was, wenn wir mal das hier wieder drauf geschossen haben, du kannst davon ausgehen. Denn ich gehe drauf. Ja, gehe drauf. Das ist einer. Oh. Ich bin da getroffen. Das zweite Szene. Ja. So. Darf ich doch bei den Terrorern? Noch Bombe planten. Habe ich doch gesagt, das läuft ja jetzt. Wieder, äh, wo stehen wir alle? Lass mal nach A gehen. Glaube ich, wäre besser. Ja. Da war ich jetzt. Da war ich jetzt zufrieden. Da war ich jetzt zufrieden. Das war es. Das war es. Da war ich jetzt zufrieden. Fuck. Natürlich. Eif ich zufrieden. Anna ist kurz? Wieso? War ich zufrieden? Ja? Wieso? Ich habe nur einen gesehen? so ja was machen wir Court kimse entscheidungsrunde jedem nach B gehen wir doch einmal nach B bei uns so schön war ich bin bestimmt direkt tot Barney guck Games die bitte der TST jo, alles klar hat mich gerettet? oh der Gendarm hat mich gerettet ja ok muss ich erstmal die Kartoffeln aus dem Ofen holen hat sie was zu essen gemacht? ich glaub, er meint es anders ja, ich versteh ja, ich bin Kipp-Leberstein ach, ich hab's verstanden ich dachte dann so, ich hab nämlich die King geworfen wo er da aus dem Lettten gegangen ist hab ich nicht mitbekommen ey, ist alle gekillt, alle er hat einen Eigenartigen Humor ja, ey du bist erster jawoll, lau, wieder B B, 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 B da liegt jemand B alle nach B alle nach B ja, wer läuft denn da jetzt nach A und wer bleibt stehen? Tacho hopp, bin schockt Bombe legen wer hat die Bombe? gut dabei, dabei scheiße einer Double Doors jetzt geht der zum Fenster noch einer noch einer die Fenster die Fenster ist er Fenster ja, hallo Movland ja, bis jetzt läuft gut für mich ja, bis jetzt läuft gut für mich aber nicht fürs Team das ist das Problem das Team ist das, was zählt Geh mal wieder B Scheiße, pass auf, rechts rechts zwei Stück, rechts rechts noch einer rechts den einen erledigt ja, ich glaub da ist keiner mehr die sind immer nur zu zweit gekommen die sind immer nur zu zweit gekommen jo, B, B Bombe legen alle gehen zu uns auch rein alle gehen zu uns auch rein ja, da gehen zu uns auch rein haben wir gesehen über Mitte in die Mitte rein ja, wo kommt einer äh, der kommt jetzt hoch ach, vorhin gut, gut, gut es läuft also auf einmal ja, aber wenn wir ja, wir müssen nur noch eine Runde verlieren dann ist es vorbei ja, ja, deswegen müssen wir aufsammeln vielleicht machen die das jetzt absichtlich damit uns nicht schlecht fühlen B, 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 B lass wieder B gehen immer schön B ah, ich bin hängen geblieben shit und nicht nur im wahren Leben fuck, tschuldigung, tschuldigung das waren meine Schüsse, das waren meine ne, das war, weil wenn ich ne Flashbang abkriege dann schieße ich automatisch einfach aus der Hoffnung heraus da ich noch jemanden kriege fünf Leute in einem Team und einer ist ein Verräter oh ne fuck wer hat die Bombe? ich hab die Bombe ich hab die Bombe ich hab die Bombe das ist glaube ich der AWP ich höre ihn rumlaufen ich höre ihn rumlaufen ich wüsste nur gern wo der jetzt herkommt da nein nein genau boah 600 720 Punkte BÄM das war's mal wieder mit dem Video wenn es euch gefallen hat dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram und das ist alles kostenlos bis zum nächsten Mal